Mitgenommen auch noch mal beim Fahren. Viele Menschen. Und dann ist halt hier weiter, also die ganze Tausendstraße. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass jemand auf dem Boden lag. Also der ist ins Schaufenster rein, bei Douglas rein. Und dann ist er auf einmal plötzlich gerannt. Ist er da raus, ist er plötzlich gerannt auf die Straße und dann konnten wir ihn halt zu Fall bringen. Männlich auf jeden Fall, kräftig gebaut. Kahle Haare, also rasiert. Und halt ohne Bart oder so. Es gab sehr viele Verletzte, halt auch von Douglas. Da hinten lag jemand auf dem Boden, der halt drei Meter oder keine Ahnung wieviel Meter in die Luft geschleudert worden ist, haben wir auch gesehen.